Yo, es gibt ein neues Free Item und das ist sehr leicht zu claimen, also du claimst ja das jetzt, sonst werde ich wütend. Es handelt sich um den Super Delicious Super Hero, das ist ein Shoulder Pet, ganz lustig und so, um das Ding zu bekommen, müsst ihr in den Pancake Empire Tycoon gehen. Und darüber habe ich schon mal ein Video gemacht und jeder von euch, der da schon mal ein Free Item bekommen hat, der wird das Abzeichen schon haben. Deswegen geht ihr zuerst hier auf Badges, scrollt dann einmal runter bei den Badges und seht hier Auswahl. Du hast YumYums in allen drei Einzahlungen bekommen. Ich gehe einmal kurz auf Info und dann runter zu den Badges, damit es so aussieht, wie ihr es kennt. Und dann ist das hier. Hier klickt ihr einmal rauf und geht dann oben auf vom Inventar löschen, weil wenn ihr das Bad schon habt, könnt ihr das Item ja nicht nochmal bekommen. Jetzt gehen wir nochmal hoch, joinen im Spiel noch einmal, um uns das Item zu claimen. So, wenn wir dann im Spiel drin sind, seht ihr hier unten, wir kriegen das Abzeichen und damit habe ich schon das Free Item. An alle, die das Abzeichen noch nicht hatten und nicht gelöscht haben und nicht bekommen haben, ihr müsst einfach nur hier ein paar von diesen Bällen sammeln. Und wenn ihr die gesammelt habt, bringt ihr ein paar Bälle zu dem Typen hier, sammelt dann nochmal ein paar Bälle, bringt sie zu dem Typen hier und das Ganze dann auch noch mit dem Typen hier. Und dann kriegt ihr das Badge und das war's auch schon. Und Leute im Stream vorbeigucken, ja?